Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Duck Parables Jack und das Königreich der Lüfte Hier ist Loretty und zusammen mit Platypus und Strickmamsel Hallöchen Wollen wir einfach mal weiterspielen Und wir sollen für Jack irgendwie ein Heilmittel besorgen Das er unten im Keller hat oder so Ja, ich denke da müssen wir auch mal hin Und müssen bei dieser Kiste den letzten Das letzte Ding da einsetzen Den König, ne? El König Und da ist das Rettungsmittel Da ist doch Schnaps Da kannst du sagen, was du willst Ach, garantiert Jack ist ein kleiner Alkoholiker Nein, das ist Arznei Da steht Arznei drauf Ja, ja Okay, dann geben wir ihm die mal Der Arznei Hier Jack Nimm deinen Schnaps Schon klar, du kannst alleine fliegen, oder? Ja, dann mal los Wo mussten wir da nochmal hin? Ach ja, zur Ranke Und tatsächlich Oh Oh Oh, Schande Das war's dann wohl mit Jack Um Gottes Willen, wer ist denn sie? I'm glad you're finally here, Detective But the Sky Kingdom does not welcome Trespassers You should probably look in Prince Hugh's room over there If you want to stop the Sky Kingdom from falling Be careful of the princes If they see you, they'll have your head I have to go Good luck, Detective Good luck War das vielleicht Emma? Ja Könnte sein, noch Wie viele Prinzen gibt's denn hier? Keine Ahnung, aber die Flasche hier noch Die kannst du direkt mal nehmen Können wir nehmen Und da vorne links auf dem Altar sozusagen Können wir auch was nehmen Oh, da kannst du auch was einsetzen Und zwar diesen Hirsch Den Hirschkopf, den können wir schon mal einsetzen Sehr schön Ich finde es schön, wenn das Inventar nicht so voll ist Ach, das war ein Parabelstück Ja Lady Emmas Abenteuer Da rechts an der Wand funkelt es Da kannst du auch was nehmen Eine Sonne Oh, nee, jetzt bin ich einst zu weit gelaufen Oh, scheiße Hat die schon wieder das SCH-Wort gesagt? Ich bin einfach zu weit gegangen Ich hab An welcher Wand? Ja, vorne, wo wir gewesen sind Und dann rechts an der Wand, wo die Flagge hängt Ah, und da kannst du auch die Schale hier zusammensetzen Aber ich brauche Klebstoff Aber ich glaub, genau Okay Ähm, geht mal die Treppe hoch Oh Genau Ich hatte aus Versehen die Treppe angeklickert Und dann hatte ich gleich mit diesem komischen Prinzen zu tun Der mir irgendetwas sagen wollte Ups, weg ist er Aber da kannst du auch einige Sachen nehmen So wie es scheint Ja, aber da kann man auch die Sonne einsetzen So wie es aussieht, ne? Ja Okay, den Mond brauchen wir dann noch Okay Was kann man hier nehmen? Hier auf der Na, der Säulen Da liegt was drauf Das kannst du runternehmen Und hier rechts Ganz rechts Leuchtet es Da kannst du auch was nehmen Oh, da ist eine Katze Oh Ja, wir haben Ja, wir haben Ja, ist gut Ich werde dich retten Ja Okay, okay, okay Okay, okay Was haben wir da links? Mein ergebender Diener wird ihnen den Weg weisen Da müssen wir aber bestimmt einen Vogel für haben, oder? Ja Wahrscheinlich Achso, leere Sitzstange für Ja, komm Ja gut, sonst können wir hier dann wohl nichts machen, ne? So viele Momente nicht Aber ich glaube, den Löwenkopf, den könnten wir einsetzen, ne? Wo denn? Ach, unten wieder Ja Und es öffnet sich ein kleines Schatüllchen mit einem Fass Oh, eine Schere Können wir damit das Gestrüpp aufschneiden? Mal gucken Das könnte sein Ja Oh ja Du bist frei Da ist erstmal ein Mondstück Links im Bild Mhm Recht leuchtet was Was ist das? Da kriegen wir auch was? Da kann man Kleber und Pinsel kriegen Am Handgelenk der Fee fehlt ein Schmuckstück Haben wir da schon was? Ja Ring der Königin Nein Feenarmband Ja Ja Was kriegen wir da? Ein Kreuzsymbol Ein Kreuzsymbol Ähm Links der Löwe? Was denn? Hä? Was? Was ist mit dem Löwen? Nix ist mit dem Löwen Geradeaus am Brunnen kann man einen Schlüssel, den Springbrunnen-Schlüssel benutzen Sehr schön Yay Wasser Oh Und ein Regenbogen Das ist viel schöner Oh Und dann kannst du da wimmeln Dann wimmeln wir doch mal Mach mal direkt Ja auf jeden Fall Machen wir rein oder? Ja Was erwimmeln wir uns denn? Zeigerlose Uhr Ist aber nicht nett Eine zeigerlose Uhr Was willst du mit einer zeigerlosen Uhr? Da kannst du ja nix drauf ablesen Was wollen die jetzt machen? Die digitale Uhr hat auch keine Zeiger Und trotzdem steht die Uhrzeit drauf Ich befürchte nur, dass sie damals noch keine digitalen Uhren hatten, hä? Nein, 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 nein Und außerdem hat Einstein nicht damals gesagt, Zeit ist relativ Ja Das ist mir auch eigentlich relativ scheißegal Na, hast du etwa das böse SCH-Wort benutzt? Ich find hier nix Mädels Ich find hier rein gar nix Ja, dann konzentrier dich doch Wodrauf denn? Ich hab die Brille auf Mir fehlt nur noch ein Teil Mir fehlen noch zwei Eins Das war's Aus Versehen fertig geworden Ich auch Mir fehlt nur noch ein Teil Du bist noch nicht fertig Da war das Teil Was ist denn mit dir los? Schwächelst du? Und da ist die zeigerlose Uhr Dieser imposante Palast stellt alles in den Schatten, was ich je gesehen habe Das könnte natürlich sein Sollen wir jetzt wieder zurück in das Mond? Du kannst das Törli noch anklicken Das Törchen und, äh, aber da fehlt uns auch wieder was Zwei fliegende Adler Ah, okay Gut, dann jetzt erst zurück und das Schälchen zusammenkleistern Würde ich mal so meinen, ne? Und heile Oh, guck mal Viel heile Genau, es wäre nie was damit gewesen Und jetzt nach oben, ne? Zu der Katze Natürlich Hier Katze, nimm ein Schlückchen Milch Oh, dankeschön Ah, dann kriegen wir doch mit Sicherheit auch noch irgendwo ein Pik-Symbol, oder? Dann können wir den Mond auch einsetzen, ne? Wo können wir den Mond einsetzen? In der Mitte, da bei der Katze Ah, ja, ja Was willst du denn? Ach, Wimmeln? Wimmeln Ich denke, ja Auf geht's Wir wimmeln Sehr schön Mechanische Eule Ach, das ist das Ding, das nachher auf den, ähm Ah, sag schnell, da war doch so eine Vogelstange Irgendwo Damit wir das Türchen öffnen können Oh, wo kommen diese Eulen her? Keine Ahnung Oh, das ist gemein Links unten ist ein Stein, den man da rausnehmen kann Ah, ja Was fehlt mir denn? Ach, mir fehlt noch allerhand Mir fehlt noch so viel Oh Mann, ja, mir fehlt auch noch so viel Rechts unten unter diesem Schemel, da ist ein Fuß Beispiel Ein Teilchen, nein Da ist das letzte Teil Oh, ich bin aus Versehen fertig geworden Ach, ich brauch noch einiges Oh, die Eule sieht aber schick aus Aber ich frage mich, warum die Eule ein... Ein Grünchen trägt Ach Mann, wo sind die Teil? Da ist das eine Dann brauche ich noch etwas, das aussieht, als wäre da eine Kralle dran Ich kann dir gar nicht genau sagen, wo die Sachen waren, weil ich habe sie alle aus Versehen angestellt Das habe ich gerade gefunden Und ein kleines grünes Geschnösel brauche ich noch Kleines grünes Geschnösel? Habe ich Ich hob es all zusammen Wunderbar Ach, wie süß Die ist niedlich, ne? Ja, muss die dann da jetzt an die Tür? Ich befürchte es Jo Oh ja, und da müssen wir jetzt Herz und Kreuz eintragen Und es eröffnet sich Na klar, wie soll es denn auch sein? Ein kleines Minispiel Oh, ich hasse es Was soll man denn hier machen? Bewege den Symbole mit Hilfe der Knöpfe an ihre vorgesehenen Plätze Wo sind denn... Ach so Das war schon mal einfach Aber ich befürchte, das war nicht alles Natürlich nicht Ah, ich habe schon einen Fehler gemacht Kann ich zurück? Kann ich Das war auch einfach Hm Hä, wo ist denn... Ach, da Okay Ach, shit, shit, shit Warte mal Da muss ich dich doch erst nach unten machen, denke ich Mach ich so Auch das habe ich Nein Doch, das geht Okay Sehr schön Fertig Oh, ein Türschchen ging auf Strick, Mamsel Wie weit bist du? Ich werde... Mit dem letzten komme ich nicht klar Ich mache immer wieder den gleichen Fehler Ich überspringe das jetzt Okay Und da rein, da hin? Ja, würde ich sagen, oder? Oh Wer ist das zur Hölle und eins? Oh, du kannst den Globus hier nehmen Erdkugel Erdkugel Was haben wir hier links? Können wir eine Lade losmachen? Da kommt was Zeichenerklärung Na, okay Das sind ja sehr detaillierte Notizen zu verschiedenen Arten von magischen Bohnen Hier steht alles über die Bohnenstange Aha Aber hier können wir nichts nehmen, no? Ne Ne, da fehlen nur zwei Griffe für Schubladen Ah, verstehe Oh Was denn? Guck mal, oben rechts in dem einen Glaskörper, da ist ein Stern drin, den wir irgendwie rausholen müssen Yo, der hat sich gut versteckt Yo, das ist wirklich wahr Hier in der Mitte sind Uhren Machen wir da die zeigerlose Uhr mal hin, was? Ich glaube Ja, etwas Entscheidendes fehlt Wir poolen einfach Wir poolen die anderen Zeiger einfach ab Das geht aber leider nicht Das geht nicht, ich weiß es so Das geht nicht Oh, den Globus kannst du hier auch rollen Ganz links, aber da passiert nichts Oh ja Und da links die Tür an der Wand, die kann man aufmachen Oh, sehr schön Und geradeaus Wie? Da brauchen wir kein Emblem, Aussparung oder sonstiges? Ne, geht einfach so auf Das ist ja unglaublich Und geradeaus kannst du dir was angucken Da brauchst du ein Symbol des gelehrten Prinzen Okay Ja gut, dann sollen wir mal durch die Tür hier gehen Oder die wir aufgemacht haben Links Ja, gehen wir da mal rein Ja, dann Das lass mal unsere Sorge sein, mein Freund Ja Oh, hier links Was haben wir denn? Links können wir was nehmen So eine Flasche Grüne Vakuumröhre Okay, das war keine Flasche Und hier, wo diese Ah, guck mal, da sind die Zeiger Und ein Parabelstück, oder? Jo Jo Die drei Söhne Und hier kannst du bestimmt was lehnen Was denn? Die Eule hat keinen Kopf Hier kannst du auf jeden Fall schon mal einen Planeten hinstellen Ja Das ist wahr Welche Eule hat keinen Kopf? Ach die Ganz rechts Und rechts da an diesem Tisch, da kann man schon mal den vier strahligen Stern einsetzen Sehr schön Und eine gelbe Rose nehmen Ja, und ein Parabelstück Okay Manchmal benutzen sie das Teleskop, um einen Blick auf die Stadt zu werfen und auf ihn Wer ist ihn? Sie redet nicht darüber, aber wir wissen, dass sie ihn vermisst Wir würden ihr so gerne helfen, aber Vater verbietet es Ja Von wem ist da die Rede, bitteschön? Na gut Da oben noch Oh Wo denn? Noch eine Tür da oben Wo ist eine Tür? Oben Klappe hoch Du kannst aber leider nicht hin Nö Nö, nö Noch nicht Dann würde ich sagen, setzen wir mal die Zeiger ein, oder? Ja Und schauen, was passiert Es wackelt Die Erschütterung kam von der Bibliothek Wo ist die Bibliothek? Das ist wahrscheinlich das, wo wir noch nicht drin waren, oder? Rechts hoch wahrscheinlich, ne? Jo Oh ja Ja, ja Der bewegt immer die Hand zum Mund und da verschwindet er wieder Ja, der ist wahrscheinlich ein Verschwindekeks und dann ist er weg Wir können hier wimmeln, sollen wir das direkt mal machen? Erst wimmeln? Würde ich sagen, oder? Ja Okay, machen wir das Saturn-Globus Saturn-Globus Okay Okay Ach schön Den Globus kann man drehen Schon wieder Schon wieder ein Globus, den du drehen kannst Ja Und direkt daneben ist die Kiste, die du öffnen kannst Das ist auch mies Ehrlich Sie scheinen sich ziemlich nah zu stehen Wer auch immer das ist So, was fehlt mir denn jetzt hier noch? Das hier? Ne Tröte? Da ist die Tröte Und jetzt fehlt mir noch eins Ich hab's Wie weit seid ihr? Ich hab auch das letzte Ich brauche noch zwei Teile Einmal so ein Haar Ein Haar Und so ein grüner Ja, sieht aus wie ein Fingerhut Der Fingerhut war aus der Flasche Ja Und so ein Haar Ach so, das Haar Ja Boah, das weiß ich nicht mehr Das ist aus dem mittleren Bild, ne? Richtig Das weiß ich nicht mehr Kannst du dich noch dran erinnern, Flatti? Was war denn oben neben dem Globus da in der Schatulle? Was war denn da nochmal drinnen? Da war was anderes Das war nicht das Haar Wo war das Haar? Hm Ich kann's dir nicht mehr sagen Es sieht auch nichts aus wie ein Haar Ach, da Rechts war noch eine Schatulle Die hatte ich nicht gesehen Ah, okay Okay Entschuldigung Sehr schön Wir haben einen weiteren Globus Was haben wir denn da links an der Wand? Was können wir denn da nehmen? Einen Griff Oh, das ist einer der Griffe, die wir brauchen für die Schublade Und hier fehlen Bücher Bücher, genau Was ist da oben links? Da ist nochmal so eine gelbe Vakuumröhre Und was sollte ich nach einem Hinweis suchen Ja Zeichenerklärung Haben wir doch im Inventar unter Umständen Ja, genau Genau, genau Und jetzt? Was könnte mir helfen, den Code zu entschlüsseln? Ja, keine Ahnung Oh, dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine Erklärung Oder wie oder was? Weil sonst können wir hier nichts machen, ne? Nö, ne? Irgendwie Okay Sonst müsste sich da ja was tun Es sei denn Rechts die Wand kannst du auch anklicken Ja Das sieht wie eine Übersichtskarte des Kriegs der Lüfter aus Das sieht doch schickig aus Schnittisch Okay, dann lass uns mal den Den Globus oder den Den Ding Da ist er schon wieder Er ist schon wieder Wer möchte denn bitteschön schon in einer Utopie leben? Also es war links wieder in die Tür, ne? Und den anderen den Saturn Globus da reinpacken Richtig Und da oben wimmelt es schon wieder Oh, schön Da gehen die Sterne auf Ja, lass uns wimmeln, ne? Ja, wimmel, wimmel Was erwimmeln wir uns denn hier? Buchwappen Aha Ein Buchwappen Die Eule ist ganz rechts im Schrank Ah Und hier kannst du auch was aufmachen bei dem Teleskop Habt ihr das letzte gefunden? Nee Mein Gott, bist du Ich bin noch weit davon entfernt Schnell Ja, ich auch Meilenweit noch Äh, nee, gar nicht wahr Ein Teil Geht aus wie sonst im Rahmen Weg Da ist es Ich brauche noch drei Teile Zwei Gott, das will Oh, zwei Teile So eine Ah, das ist da Jetzt brauche ich noch eins So ein längliches Ich glaube, ich habe es Fertig Okay Und was kriegen wir denn da? Buchwappen Das muss an die Tür gleich An welche Tür? Unten? Geradeaus Ein zurück und dann geradeaus Oh jo So ihr Lieben Und da fehlt uns jetzt noch eine Eule Aber die Eule Beschaffen wir leider erst in der nächsten Folge Diese Folge ist nämlich schon drei Minuten über 20 Minuten Boah, was ein Luxus Von daher bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen Ich wünsche allen einen schönen Tag Bleibt sauber und vor allem gesund Und bis zur nächsten Folge Wenn ihr denn so wollt Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal